Du bist süß Danke Ich auch, danke Ach mann alter Ich hab meine Nummer verloren Kann ich deine? Nein Okay Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video Mit dabei ist heute Hör auf Wieso? Wieso tust du mir das an? Lass uns doch jetzt einfach zusammen einen Win holen Wir spielen heute wieder Fortnite Mit dabei ist heute Alphastein Was? Die Videos werden gedisliked wegen dir? Ja, mit deiner kranken, widerlichen Stimme ist es doch absolut Geh mich mit mir auf Ja, nein, es macht ja Mach bitte aus, Alter, ich werd taub Alphastein, pass auf Ich möchte, nein, das hat dir nicht egal zu sein Wir gehen nach Tilted Towers, Alphastein Du kommst mit mir runter Und du machst keinen Blödsinn Bleib einfach bei mir und wir versuchen zusammen einen Win zu holen, okay? Du Opfer Ja, Mann Bist du bereit? Wir gehen dahin, wo immer ein blauer Marker ist Und raus 3, 2, 1 und raus Komm Komm So, jetzt Alphastein rausspringen Hallo Mit Leertaste, Mann Egal, komm mit, komm mit hier raus Hör einfach Mann, wo haust du denn hin, Junge? Okay, komm mit mir Komm mit mir einfach Pass auf, nimm die Schrotflinte einfach, okay? Ja Mann, Alphastein Hör da bitte auf Spiel So kannst du dich töten Weil wir in einem Team sind und Team Damage aus ist bei Fortnite Bei Pabchi geht das Ja, bei Pabchi geht das Hier, nimm den Trank, nimm den Trank So, und jetzt kommst du mit mir Zum Haus und holen da die Kills, Alphastein Bist du bereit? Nein, da ist jemand So, guck mal, der ist schon down Von links, von links an mate, von links an mate, vorsichtig Da, da Hilfe Das war sehr schön, das haben wir sehr gut gemacht, Alphastein Ich bin verdammt stolz davon Ich brauch Leben Ja, ist kein Problem, ich geb dir jetzt was Komm jetzt hier runter in den Keller zu mir Oh Gott, das will mir, dass dich anhört Unter die Treppe hier So, jetzt heilen wir uns erstmal hoch Und dann gehen wir daneben an, links in das Haus, okay? Du hast gerade so eine grüne Waffe bekommen, Alphastein Gib mir Munition Ja, ich geb dir gleich Munition Aber gib du mir erstmal diese grüne Waffe, die du da hattest Gib mir doch einfach, Alphastein Gib mir doch einfach die grüne Waffe Gib mir die grüne Waffe Alphastein, gib mir die grüne Waffe Ach man, dann halt nicht, dann komm halt einfach mit, ist dir jetzt auch egal So, vorsichtig, dass hier keine Fallen sind Ich vorsichtig Ja, du vorsichtigst, genau Ruhe, Ruhe, Ruhe Ja, Moin Boi, Entschuldigung Nein, 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 nicht da langlaufen Nicht da langlaufen Nicht da langlaufen Geh da raus Du verdammt DAAAAAAA Alphastein, mach dich einfach bereit, okay? Alphastein Ja, das ist dein Name Mach dich einfach Alphapupo Wir versuchen das jetzt nochmal Wir hatten... Alphapup Also, passt auf Wenn ich von so... Alpa... Hör mir zu, wenn ich von so einer Falle genockt werde, Alphastein Wie ist der Alphastein? Dann gehst du nicht dahin, wo ich down gegangen bin, sondern du baust die Falle ab, okay? Oder schießt... Stein, möchtest du in diesem Spiel? Oh, Gottes Willen. Alles gut. Wo ist der? Wo denn? Das war ich. Komm einfach mit runter. Stein, komm mal her. Vorsicht, da ist jemand drin. Komm mit, komm mit, komm mit. Ach, Junge, Alter, Mann. Ich hab doch gesagt, soll es mitkommen. Wo war die Sch***halle? Ja, lol. Danke dafür, Alphastein. Pass auf, nächstes Mal kommst du einfach dahin, wo ich dir sage, okay? Ja. Wir kommen wieder über Tilted Towers raus. Wir machen das jetzt so lange, also das Fail- und Continue-Taktik, okay? Wir machen das jetzt so lange, Alphastein, bis es funktioniert, ja? Bis der Bitcoin nichts mehr wert ist. Bis der Bitcoin nichts mehr wert ist, du sagst es, was auch immer, Alter. Okay, Big Ben ist schon jemand gelandet. Alphastein, komm nach links zu dem Haus. Wie geil, ich bin auch da. Ja, der hat aber jetzt eine Waffe und du nicht. Äh, der nicht. Hab alles. Gut, dann komm zu mir. Komm zu mir, ich brauch deine Hilfe. Komm her. Hier ist irgendwo jemand, Alphastein. Hast du eine Waffe? Nein, pass. Ja, warte hier. Nimm die Schrotflinte, nimm die Schrotflinte. Der ist unten drin, der ist unten drin. Okay, warte ganz kurz. Warte, warte, warte. Ich glaube, der ist unten drin. Ah! Hey, wo ist der? Hier! Riffel! Warte, 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 hilf! Ruhe! Darf ich fragen, warum du schon wieder tot bist? Alphastein? Ach Mann, was ist das denn? Lucky Landing. Ach so, Lucky Landing. Ich fühle, was du mir sagen willst. Aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Schwab es best. Genau. Genau, du sagst das, Bruder. Ein ekelhafter Trick. Was willst du von mir? Keine Wirtschaft für dich. Ähm. Ach Mann, verf*** die Scheiße, Alter. Wie viel hatte der noch, der Huf-Sohn? Ein HP! Ein HP! Ah! Ich hasse dieses Game! Und ich hasse dich, Alphastein! Ja, wir versuchen es jetzt im Vierer-Squad, Alphastein. Und gemeinsam... Ich habe Termine! Du hast keine Termine, Alphastein. Wir versuchen es jetzt im Vierer-Squad. Also, pass auf. Okay, dich! Wir spielen jetzt im Team. Guck mal, wir sind jetzt zu dritt schon mal. What's up, guys? Fuck, fuck! Hello? Fuck, fuck! Hallo? Come to me! Hello? Ihr speak German or English? Ich bin Deutsch. Ah, super, perfekt. Seid ihr die Echten? Nein! Seid ihr die Echten? Nein! Nein! Bis jetzt, äh... 22 Go! Direkt saft Orange! Okay. Pogpox, äh... Wie alt bist du? 22 Go! Ah, okay, nice. Wollen wir Tilted Towers gehen? Ja! Wenn du mich enttäuschst, hasse ich dich. Okay. Okay. Wieso sind wir zu dritt? Es wollte kein Vierter mit dir spielen. Du bist süß! Danke. Du auch. Ich auch. Danke! Ach, Mann, Alter! Ich bin zu weit, Schwab! Ja! Achso, nicht mehr. Warum? Ich habe eine Waffe. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine? Nein. Okay. Lass mal zur Tankstelle pushen. Hilfe! Wo seid ihr? Oh mein Gott! Oh mein Gott, bei mir war ein Spieler die ganze Zeit drin, ne? Der hofft und finischt mich direkt! Töte ihn! Töte ihn! Puck, Puck! Töte ihn! Töte ihn! Alphastein! Töte ihn! Töte ihn, Alphastein! Finish ihn! Finish ihn, Alphastein! Ja! Gottes Willen, da stand einfach ein Spieler vor mir. Okay, Alphastein, jetzt hole ihn nicht hoch und tanze die ganze Zeit vor ihm. Okay, wir versuchen das einfach nochmal. Nein! Doch! User left your channel. Komm zurück! Bleib hier! Mach dich bereit! Bitte! Ich will gehen! Mh, 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 mh. Revi! Nein! Los jetzt! Ich bin jetzt schon über 10 Minuten. Aber wir sind nicht über 10 Minuten gut. Also, mach dich bereit! So, und jetzt dein Netz zu unseren Mates, okay? Backofen, Bernd, sprichst du Deutsch? Ja. Sehr gut. Darf ich... Bist du Revi? Nein, bin ich nicht. Ey, das ist ja dich! Das ist mein Kollege. Mein Cousin, der hat leider eine Krankheit und der spricht deshalb so. Ich hoffe mal, das ist okay für dich. Bernd? Bernd? Wollen wir zusammen die Runde gewinnen, Bernd? Ja. Ey, Junge! Ja, wollen wir. Habt ihr damit ein Problem, wenn mein Cousin mit seiner Killkopfkrankheit mit euch redet? Weil das klingt echt eklig. Ne, haben wir nicht. Okay, du Apfel. Wer seid ihr? Wir sind zwei normale Jungs, die einfach gerne eine Runde Fortnite spielen. Ja, sowas! Seid ihr bereit, Jungs? Raus, raus! Ja, ja, ja. Easy game, easy game. Mann, Alter. Okay, Stein, mach dir bitte richtig unangenehme Kompliment, dann habe ich für nichts einen vernünftigen Titel für dieses Video. Bernd, ich habe meine Nummer verloren, kann ich leider? Okay. Oberhalb von mir ist ein Spieler im blauen Haus. Ja, bitte. Ehrenmann. Jetzt habe ich gar keinen. Äh... Hab den einen. Okay, rüber zum Park und dann das Haus gegenüber. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Heavy! Ja, ja, alles gut. Nimmst du eigentlich gerade auf? Nein. Nein. Ja, auch. Perfette Scheiße, Mann! You guys speak English or German? I speak English. Perfect. May I introduce you to my cousin? What's up, guys? Today I'm... I'm... What's up? Eh, this is my cousin. He's nine. Follow me, I don't do it. Oh, Mann, Alter. Das fängt ja schon wieder super an. Okay, pass auf, Alphastein. Siehe zu und lerne. Mal rüber zum... Äh, okay. Ja, Leute, ich würde dann fast schon sagen, das war es mit dieser atemberaubenden Aufnahme mit Alphastein. Das war eine extrem beschissene Zeit und ich würde es ungern wiederholen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, bitte lasst keinen Daumen nach oben da, weil ich werde auf jeden Fall nie wieder mit Alphastein in Fortnite spielen. Meine Leistung war heute absolut unterirdisch beschissen. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ich hab den Spaß an Fortnite. Dank Alphastein endgültig verloren. Super! 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 Super!